Dankeschön, Kurt, auch für den Hinweis. In der Tat ist es das, was ich gerne mache, mich mit Themen beschäftigen, um die sich Ökonomen kümmern sollten, aber wo sie in der Tat meinen, dass sie dafür die Falschen seien. Trotzdem, das, was ich jetzt hier tun soll, ist nicht so, dass ich das häufig getan habe, es ist etwas schwierig, eine Synthese herzustellen, die keine bloße Rekapitulation dessen ist, was gesagt worden ist, sondern natürlich auch mein Versuch, da etwas hinzuzufügen, zuzuspitzen und ich habe versucht, das in eine PowerPoint gestern zu kriegen, aber das sieht inzwischen so chaotisch aus, dass ich euch das nicht zumuten möchte, deswegen mache ich es mal so. Ich habe zunächst einmal versucht, vier Statements, Feststellungen, von denen ich denke, die definieren ganz gut die Ausgangslage. Ich fange von ganz hinten an, oder genau genommen, ich fange etwas an, was heute nochmal in seinem Beitrag, was du nochmal in deinem Beitrag ganz ins Zentrum gestellt hast, nämlich die These, und das ist ja vollkommen richtig, dass wir uns in irgendeiner Form der sozialen Frage zu stellen haben, aber die soziale Frage, von der wir ja wissen, sie ist mit dieser Wachstumsfrage ganz eng verknüpft, also die Grafik, wenn ich sie dabei gehabt hätte, die sich auf das bezieht, was Elmer Altweiter ganz am Anfang gesagt hat, in Bezug auf diesen Herrn Madison, der für die letzten 2000 Jahre die Wachstumsentwicklung versucht hat zu berechnen, das Interessante an dieser Grafik ist, nicht nur, dass wir einen exorbitanten Anstieg des Wachstums seit den 70er Jahren haben, den es niemals zuvor in der Menschheitgeschichte gegeben hat, sondern parallel zu diesem exorbitanten Anstieg ist auch die Ungleichheit zwischen den Weltregionen, innerhalb der Weltregionen und innerhalb der einzelnen Länder gestiegen und deswegen kann man sagen, in der Tat auch im 21. Jahrhundert ist die soziale Frage eine ganz zentrale Frage, sie hat nichts von ihrer Dringlichkeit verloren, auch wenn sie sich heute an anderen Konfigurationen als im 19. Jahrhundert stellt, aber, und das ist die erste Ausgangsthese, wo ich denke, da haben wir hier relativ großen Konsens, Klimakrise, Krise der Biodiversität, Ernährungskrise, Energiekrise, ich kann weitermachen, also diese multiple Krise lässt es nicht zu, dass wir auf die soziale Frage im 21. Jahrhundert so antworten, wie im 20. Jahrhundert, das 20. Jahrhundert, da habe ich eine kleine Abweichung zu dir, aber ich glaube, das war eher eine Nachlässigkeit, du hast das 20. Jahrhundert als ein ganz großartiges dargestellt, du meintest sicher die zweite Hälfte desselben, ganz sicher nicht die erste Hälfte, die von Krieg, Faschismus und ziemlich viel Gräuel charakterisiert war, aber ganz klar, in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts ist eine Lösung der sozialen Frage des 19. Jahrhunderts Erfolg, man hat schlicht durch die Wachstumsausdehnung, also dadurch, dass man den Kuchen größer gebackt hat, ist man die Verteilungsfrage, man hat sie umschifft, wenn man den Kuchen größer backt, kriegt jeder etwas ab, ohne dass großartige Verteilungskämpfe erfolgen, und genau das war die Lösung im 20. Jahrhundert, im 21. Jahrhundert steht diese Lösung nicht mehr zur Verfügung, ich glaube, darüber haben wir Konsens. Zweites Ausgangsstatement, würde ich sagen, ist das, worauf insbesondere Elmar Altvater eingegangen ist, nämlich das ökonomische Wachstum, ob wir es wollen oder nicht, noch immer das Hauptziel staatlicher Politik ist, genauso wie das Ziel jedes einzelnen Unternehmens. Für die Staaten ist es Hauptziel, weil mit 2,7 bis 3 Prozent Wachstum kann man aus Steuern, aus Gebühren bezogen, kann man all das machen, was eigentlich die Bürger von Regierungen auch verlangen. Und deswegen gibt es diese Fixierung für das einzelne Unternehmen, darauf hat Nico Pech hingewiesen, ist es klar, dass unbedingt Erträge zu steigern sind, weil einerseits die Zinsen bedient werden müssen, mit denen man die Produktion, die Investition vorfinanziert und außerdem soll eine Rendite erzielt werden, weil wenn die nicht erzielt werden kann, dann unterlässt man gefälligst diese Investitionen. Das ist so ganz normal im Kapitalismus, es gibt eine Differenz, die Differenz zu dieser letzten Phase, die wir mit dem Begriff des Neoliberalismus belegen, ist die, dass niemals zuvor so hohe Zinsen gedrückt haben, wie das, was derzeit Staaten wie Spanien, wie Griechenland irgendwie aufwenden müssen, um Geld zu attrahieren. Das ist sehr viel höher, als wir wissen es zum Beispiel für andere Länder wie Deutschland. Und auch niemals zuvor waren die Renditeerfahrtungen derartig skandalös hoch. Darauf ist mehrfach hingewiesen worden, in den 50er, 60er Jahren galt ein Unternehmen, das eine Rendite von 5% abgeworfen hat, als kerngesund und da hat man gerne Aktien dran gehabt. Heutzutage würde das schon als ein Krisenkandidat bezeichnet werden. Dennoch halten wir fest, zweites Ausgangsstatement, ökonomisches Wachstum war und ist für Staaten und Unternehmen in einer kapitalistischen Wirtschaftsordnung unverzichtbar. Wir müssen uns das ernsthaft vor Augen führen, wir können es nicht einfach wegdefinieren und ich komme später nochmal darauf zurück. Drittes Ausgangsstatement, von dem ich denke, da haben wir auch einen relativ hohen Konsens, dass angesichts von Umweltkrise und Peak Everything, das ist häufig erwähnt worden, dieser Begriff, Business as usual nicht möglich ist. Oder, das ist heute auch nochmal in deinem Beitrag erwähnt worden, mit dem Hinweis auf das Papier der Grünen, weiter leben, so wie bisher, weiter wirtschaften, weiter entscheiden, so wie bisher, führt in die Sackgasse. Ich würde sagen, führt in die Katastrophe. Das ist, glaube ich, etwas, da haben wir auch keinen großen Dissens. Daher denke ich auch, dass die vierte Herausforderung, die ich als Ausgangsstatement jetzt mal formuliere, ist, dass wir uns gegenwärtig sind, dass wir über ein Leben nach dem billigen Öl, nach der Automobilität, nach den billigen Lebensmitteln, wir können auch sagen, nach den hohen Wachstumsraten nachdenken müssen. Aber, und da denke ich, haben wir einen Dissens, der nicht richtig artikuliert ist, ich komme darauf noch häufiger zurück, nämlich die Frage, ob das zugleich ein Ende des Kapitalismus bedeutet und ob wir das gut finden oder weniger gut finden. Ich habe dann in einem zweiten Schritt versucht, noch mal deutlicher für mich selber herauszuarbeiten, wo ich denke, es gibt einen Konsens unter den Vortragenden, aber auch den Beiträgen von allen Teilnehmern, die sich geäußert haben, soweit ich das mitbekommen habe. Konsens ganz sicher, dass es viele, viele gute Gründe gibt, weshalb der Wachstumspfad nicht weiter verfolgt werden kann. Aber, und da hake ich jetzt ein, ich glaube, jetzt nicht nur, wenn man in der grünen Partei in Österreich aktiv ist, sondern das gilt genauso gut für Menschen, die in Gewerkschaften, in sozialen Bewegungen aktiv sind, wir können es uns nicht so leicht machen, sagen, das ist doch ganz klar, das führt zu nichts, sondern wir müssen in der Tat Argumente sortieren, auch vorsichtig argumentieren, überzeugend argumentieren, weil es gibt einen Common Sense und der sagt genau das Gegenteil. Und deswegen müssen wir in der Tat sehr gründlich noch mal darüber reflektieren, was ist das eigentlich, was behauptet wird, warum wir Wachstum unbedingt brauchen und wie können wir das zerlegen. Und das will ich dann gleich mal in dem nächsten Schritt noch mal etwas machen. Der zweite Punkt, wo ich denke, da gibt es schon ein bisschen weniger Konsens, das ist die Frage der Begrünung der Ökonomie oder eines grünen New Deals. Zumindestens, so wurde es artikuliert von einem, ich weiß jetzt nicht mehr genau wem, einem Beitragenden, dass in Zeiten der Wirtschafts-, Finanz- und Staatskrise, die auch eine Währungskrise ist, man solche grünen Stimuli benötigt, und das verbindet sich mit einem Thema, das vor allem Christine in diese Debatte gebracht hat, sehr, sehr wichtig, nämlich, dass Schrumpfen im Kapitalismus als Krise erfahren wird. Und zwar, das ist kein ideologisches Projekt, sondern das ist schlicht so. Und deswegen denke ich, es gibt nötig, ebenso wie es notwendig ist, sich noch mal darüber auszutauschen, was ist es eigentlich, wofür wir Wachstum brauchen und wofür brauchen wir es nicht. Genauso wichtig ist es, glaube ich, sich noch mal über die Perspektiven eines grünen Kapitalismus zu verständigen. Es gibt gute Gründe, weshalb einiges, was damit gemeint ist, in der Tat für eine Art von Übergangsprojekt durchaus notwendig ist, aber die damit zusammenhängenden Erwartungen und Hoffnungen und Versprechungen sind trotzdem zu kritisieren. Und ich glaube, das will ich in einem zweiten Schritt machen. Latent kontrovers, würde ich sagen, ist die Frage gewesen auf dieser Akademie, ob wir unter radikalem Wandel vornehmlich, und jetzt liegt die Betonung wirklich auf vornehmlich, eine Bewegung verstehen sollten, die durch Wertewandel, durch Lebensstiländerung, durch Konsumverzicht bewirkt werden kann. Und wie sich das, das hängt damit zusammen, das Schrumpfen als ein politisches Projekt gegenüber dem Schrumpfen als Ausdruck einer schweren Krise nun miteinander verhält. Das war das, was uns insbesondere die Gruppe von Autoren, die über den Rechtspopulismus, ihr Buch darüber berichtet haben, nahegebracht haben, nämlich, dass wenn Menschen ihre sozioökonomische Sicherheit verlieren, sie leicht zur Beute von rechtspopulistischen Heilsbringern werden lassen und deswegen die Frage ist, was bedeutet eigentlich Schrumpfen, wenn es erfahren wird, als etwas Katastrophisches. Ich denke, am wenigsten Konsens haben wir noch im Hinblick auf die, auf eine vierte Frage, nämlich, also wir sind uns alle einig darin und es wurden hier ganz, ganz viele wichtige Hinweise, genau wie in den Beiträgen gegeben, wo überall Weichen gestellt werden können und Weichen gestellt werden müssen, aber die große Frage, wo ich denke, da gibt es nach wie vor in diesem Kreis nicht unbedingt Konsens, sondern sehr unterschiedliche Sichtweisen, genau wie im Rest der Gesellschaft, nämlich, ob die Weichen so gestellt werden müssen, dass wir uns in ein anderes Gesellschaftssystem bewegen, ob wir das Sozialismus oder wie auch immer nennen, oder aber ob der Wandel einer ist, der den Kapitalismus ziviler, humaner, nachhaltiger und wie auch immer dann die Adjektive lauten, machen kann. Da gibt es Dissens und deswegen sollte man an dieser Stelle auch nochmal nachhaken. Soweit ich das gesehen habe, ist so eine Beschreibung, die Nico Pech gegeben hat, nämlich, warum weitere Wachstumssteigerung des Bruttoinlandsprodukts ganz schlicht nicht, er hat also eine Auflistung gemacht und ich glaube, das können wir soweit alle unterschreiben, deswegen schließe ich mich da jetzt mal an. Der Hinweis, der eine Hinweis war, es ist ökonomisch nicht durchhaltbar, dafür gibt es ganz viele Indizes, wichtig für die Industrieländer ist, unsere Wachstumsraten sind gesunken seit den 70er Jahren. In den 90er Jahren gab es in der Tat, insbesondere in den USA, aber auch in Europa, eine Trendumkehr, aber diese Trendumkehr, das wissen wir heute, das haben wir heute schmerzlich zu erfahren, gründet vor allen Dingen auf der Verschuldung von Haushalten und auf der Verschuldung von Staaten, das heißt, mal in einer Zahl, noch mal das letzte Mal, irgendwie eine Zahl genannt, bis 2008 ist die Geldmenge in Europa um 110 Prozent gestiegen. Das Bruttoinlandsprodukt aber nur, und das nur jetzt bitte schön in Anführungszeichen, weil ihr wisst alle, was dahinter steht an Stoffinputs und Ressourcenemissionen, nur um 50 Prozent. Aus dieser Differenz kann man ersehen, dass was da an Wachstum stattgefunden hat, ist wesentlich ein Wachstum, das verschuldungsbasiert ist. Und nun argumentieren viele, ja, das ist wesentlich auf mangelnde Nachfrage zurückzuführen und ich denke, das sind Argumente, mit denen müssen sich Grüne wie andere auch, andere aus sozialen Bewegungen auch, auseinandersetzen, aus der Perspektive von Gewerkschaften, aus der Perspektive auch von linken Sozialdemokraten, lautet dann die Antwort auf diese Situation, nein, es ist ökonomisch nicht durchhaltbar, aber wenn es ein lohngetriebenes Wachstum wäre, dann wäre es was anderes als ein Profitgetriebenes. Und das ist ja genau ein Spannungsverhältnis, da müssen wir eine Antwort drauf finden, weil wir kann nicht auf der einen Seite sagen, ja, die Verteilungsfrage ist die zentrale, auf der anderen Seite aber quasi diesen Hinweis, dass natürlich die Nachfrage angeregt werden könnte, indem die Löhne nach oben gedrückt werden, die Frage ist durch wen, dass man sich dem verschließt. Das heißt, das Argument muss sorgfältiger erwogen werden, ich teile es nicht, aber es ist eins, da kann man nicht einfach nur sagen, es ist ökonomisch nicht durchhaltbar, sondern man muss es begründen. Wir argumentieren in der Regel, dass es vor allen Dingen in ökologischer Hinsicht katastrophal ist und auch dafür gibt es viele, viele Daten, es sind hier viele genannt. Ich will nochmal eine nennen, die ich aus einer frisch erschienenen Studie von Ökonomen der Universität, von der US-amerikanischen Universität Madison bezogen habe. Danach ist für jede Milliarde Dollar, die das globale BIP, das globale Inlandsprodukt, gegenüber dem Vorjahr gestiegen ist, die CO2-Konzentration um ein halbes Teil einer Million gestiegen. Das heißt also, das ist eine wichtige Aussage im Hinblick auf die berühmte These, ja, das ist ja alles nur so furchtbar, weil die Bevölkerung gestiegen ist. Nein, das weist darauf hin, dass der enge Zusammenhang zwischen wirtschaftlichem Output und CO2-Emissionen viel dramatischer ist, als der Zusammenhang zwischen der in der Tat gestiegenen Bevölkerung und den zumindest CO2-Emissionen. Ich glaube, der dritte Punkt, den Nico Peich angesprochen hat, nämlich, dass die Vision, Ressourcenverbrauch und Schadstoffemission ließen sich entkoppeln vom Wachstum. Damit hat sich eine ganze Arbeitsgruppe beschäftigt. Ich werde auch noch mal darauf zurückkommen, aber es ist eine Debatte, von der ich denke, auch da muss gründlicher argumentiert werden, weil es reicht nicht zu sagen, wir sind davon überzeugt, dass dieser Zusammenhang nicht hergestellt werden kann, beziehungsweise im Absoluten, was Tim Jackson da in seiner Studie ausführlich dokumentiert hat. Wir wissen alle, dass es keine Entkopplung gibt im Hinblick auf die absoluten Mengen des Rohstoffverbrauchs und der CO2-Emissionen und des Wirtschaftswachstums. Aber es hilft uns nichts. Wir müssen, glaube ich, das deutlicher machen, warum quasi von dem, was da unter dem Stichwort Effizienzsteigerung, was nichts anderes heißt als etwas sparsamerer Umgang und technischem Fortschritt die Lösung nicht erwartet werden kann. Deswegen möchte ich darauf auch noch mal ganz kurz eingehen. Und der vierte Punkt, den will ich jetzt nicht weiter ausführen, weil der liegt erst einmal so weit auf der Hand, nämlich, das war das vierte Argument von Nico Pech, ab einem bestimmten Niveau der Ausstattung mit materiellen Gütern wächst das Glück nicht mehr. Der Hinweis, dass Wachstum es uns nicht unbedingt glücklich macht, ich glaube, da kann man in der Tat sagen, das ist inzwischen doch ziemlicher Konsens, gleichwohl der Hinweis, den der Nico Pech auf die Studien von Fred Hirsch über die sozialen Grenzen des Wachstums, das heißt Konsum als etwas, zu dem ich gezwungen bin, um meinen Status in der Gesellschaft gegenüber anderen auch abzugrenzen. Dafür muss es erst einmal einen Ersatz geben und wenn es diesen Ersatz nicht gibt, wird der Konsum auch weiter diese Rolle spielen. Nun, ich komme zu meinem ersten Punkt, der erste Punkt, der lautet, wir müssen uns ein bisschen stärker wappnen dieser Argumentation gegenüber, Wachstum ist nötig für Armut und Hungerbeseitigung, dafür, dass qualitativ hochwertige öffentliche Güter bereitgestellt wird, um Arbeitsplätze zu schaffen und einiges mehr. Man müsste jedes dieser Argumente sehr sorgfältig, ich finde, es ist notwendig, jedes dieser Argumente sehr sorgfältig auseinanderzunehmen. Man kann es mit all diesen Argumenten, man kann es ganz sicher im Hinblick auf die Industrieländer, wenn es Armut und Hunger gibt, es ist natürlich ein Wahnwitz, bei dem Milliarden US-Dollar, die das US-amerikanische Bruttoinlandsprodukt ausmacht, dass dennoch 49 Millionen Menschen in den USA Hunger leiden, in diesem Sinne auf Essensmarken angewiesen sind, aber es ist klar, die Antwort ist ganz simpel und die haben wir auch, für reiche Industrieländern müssen Armut und Hunger nicht durch Wachstum, sondern schlicht durch Umverteilung, können durch Umverteilung beseitigt werden, aber selbst für viele Länder des globalen Südens trifft dieses Argument nicht. Es wird immer gesagt, ja, die müssen wachsen, weil da gibt es ja noch so viel Armut und Hunger und wenn man sich bestimmte Studien anschaut, zum Beispiel neuere Studien von Amati Sen, der die Situation in Indien, wo er herstammt, vergleicht mit der Situation in Bangladesch, wahrhaftig kein reiches Land, dann stellt man zum Beispiel fest, die gute Relation zwischen BIP und Schulbesuch oder Lebenserwartung, die Indien gegenüber Bangladesch in früheren Jahren hatte, die ist im Zuge des Wirtschaftswachstums in Indien verloren gegangen. Heutzutage ist die Schulverbeidauer in Bangladesch sehr viel höher und das bringt mich schon, ich kann das, das macht der Sen ebenso im Hinblick auf Länder wie Sri Lanka oder Nepal und der Witz ist, es hängt ganz entscheidend, das ist mein zweiter Punkt, der Zugang zu guten öffentlichen Diensten, ob das Gesundheitsversorgung, ob das Bildung ist und wir wissen, das hat etwas mit Armutsbekämpfungspolitik zu tun, das ist im Wesentlichen eine Frage von politischen Prioritäten, das ist nicht eine Frage der Höhe des BIP, sondern wie das, was erwirtschaftet wird, eingesetzt wird und ich glaube, diese Art der Argumentation, die sollten wir etwas breiter ausführen, weil ansonsten fällt es manchmal sehr schwer, in öffentlichen Debatten da mitzuhalten. Für uns ist natürlich immer das Totschlagargument, Wachstum ist nötig, um Arbeitsplätze zu erhalten und zu schaffen. Nun, ich glaube, da muss ich jetzt in diesem Kontext hier nicht besonders viel ausführen, warum dieses Argument sehr wenig weit reicht, weil wir wissen, ja, in den letzten Jahren sind Arbeitsplätze geschaffen worden, aber es sind vor allen Dingen prekäre Arbeitsplätze, sind Arbeitsplätze, wo eben nicht das, was früher mit Arbeit assoziiert wird, nämlich sozioökonomische Sicherheit verbunden ist, sondern ganz im Gegenteil, es wurde hier erwähnt, Stress, Stress und auch zum Teil menschenunwürdiges Leben. Außerdem das wichtigste Argument, weshalb man diese Kopplung nicht in der Form machen kann, wie sie immer simpel in öffentlichen Debatten gemacht wird, das, was unter Wirtschaftswissenschaftlern gleichsam als so eine unbefragte Formel gibt, nämlich, dass erst ab einem Wachstum von 2,3 Prozent neue Arbeitsplätze geschaffen werden, erst wenn diese Größe erreicht ist. Und da kann man schlicht sagen, das sind Größen, Wachstumsgrößen, die schlicht aufgrund unseres bereits sehr großen Bruttoinlandsprodukts in den nächsten Jahrzehnten nicht mehr erreicht werden. Also, wenn man diese Größe nimmt, kann man sagen, es wird keinen Arbeitsplatz schaffenden, kein Arbeitsplatz schaffendes Wachstum in den Industrieländern mehr geben. Und ich glaube, auch da sollten wir in der Argumentation etwas nachlegen. Zum Thema soziale Gerechtigkeit, auch da gibt es das Argument, wir brauchen Wachstum, weil auf diese Art und Weise soziale Gerechtigkeit hergestellt wird. Da gibt es natürlich einen Zusammenhang. Da, wo Menschen das Gefühl haben, in einer besonders ungerechten Gesellschaft zu leben, ist der Hinweis auf den arabischen Frühling, ist die Wahrscheinlichkeit von ökonomischer und dann auch politischer Instabilität sehr, sehr groß. Aber auch das ist nochmal, auch deswegen habe ich mit diesem Eingangsstatement begonnen, es ist glaube ich klar, wir können heute eben dieses Problem mangelnder sozialer Gerechtigkeit nicht mehr so lösen wie im 19. Jahrhundert, wo nur einige Länder diese wunderbare alchemistische Formel der Sozialdemokratie benutzen konnten, aus Angst vor dem Kommunismus den Sozialstaat aufbauen und auf diese Weise Verteilungsfragen umschiffen, auf Kosten der ökologischen Frage, das können sich heute auch Länder des Südens nicht mehr wirklich leisten und deswegen muss soziale Gerechtigkeit heute schlicht anders als mit Wachstum realisiert werden, zumal wir wissen, ökologische Schädigungen, die über die Moderate, also den Konflikt mit dem Kapital nicht suchende Auseinandersetzungen zustande kommen, solche ökologischen Schädigungen treffen insbesondere die Armen und zwar überall und deswegen kann man sagen, alles was auf Kosten der Ökologie geht, ist gleichzeitig eine Politik gegen die Armen. Es gibt ein Argument und deswegen will ich nachher nochmal auf diese Frage der Rolle des technischen Fortschritts kommen. soziale und technische Innovationen, so wird immer gesagt, seien etwas, das könnten wir eigentlich nur in diesem wunderbaren kapitalistischen Rationalitätsmodell irgendwie erwarten. Nur der Kapitalismus verfügt, so Schumpeter, über diese wunderbare Fähigkeit der kreativen Zerstörung, das heißt, das Alte muss verschwinden, damit etwas Neues wächst und daraus wird ganz häufig das Argument gemacht, ja wenn es keine Profitmöglichkeiten mehr gibt, wer bitteschön macht sich dann Gedanken über technische und soziale Innovationen, die wir für unsere Wende, die wir für unsere andere Form des Wirtschaften und Arbeitens ja auch brauchen und ich glaube auch da müssen wir uns mit Argumenten wappnen, die überzeugen und ich glaube ein wichtiges Argument ist zum Beispiel der Hinweis, dass alle Basis-Innovationen lange vor dem Kapitalismus erfunden worden sind und ein zweites wichtiges Argument ist, dass es Innovationen unterschiedlicher Qualität gibt. Die Einführung, das hat mal ein amerikanischer Ökonom im Hinblick auf die Hype der New Economy im Jahre 2000 geschrieben, die Einführung der Toilettenspülung in der Wohnung ist sicher eine viel bedeutsamere technologische Innovation als das iPad, mit dem wir hier alle rumspielen. Das heißt, man muss genau unterscheiden, was sind die unverzichtbaren und auch grandiosen Innovationen und wie sind die zustande gekommen, warum sind die zustande gekommen und auf welche Innovationen könnte man eventuell auch verzichten oder wir wissen auch, es gibt viele technologische Innovationen, die gleichsam tödlichen Ausgang haben. Aber ein ganz wichtiges Argument, das liegt mir sehr am Herzen, ich habe relativ viel mit BWL-Kollegen, also mit Kollegen aus der Betriebswirtschaft zu tun, darauf hinzuweisen, dass durch diese permanente Verkürzung von Innovationszyklen, also das eine Produkt ist noch nicht auf dem Markt, schon wird angekündigt, dass in einem Jahr ein anderes Verbessertes auf den Markt käme, das ist, das funktioniert im einzelbetrieblichen Wettbewerb für die, die diese First Mover, also die, die Ersten sind, die mit etwas da herauskommen und die anderen, die Zeit aber, wo die anderen Konkurrenten nachziehen, die wird immer kürzer und man sieht, letztlich alle verschwenden auf diese Art und Weise Mittel für Forschung und Entwicklung, die auch sinnigerweise für andere Produkte eingesetzt werden können, als unbedingt etwas nachzuahmen, was der andere macht, nur mit einem kleinen Nutzeffekt drauf und manchmal sind es noch keine Nutzeffekte, sondern das Gegenteil. Es gibt ein Argument und da müssen wir, glaube ich, viel mehr nachlegen, nämlich das Argument, ja man braucht aber Wachstum und öffentliche Schulden abzubauen, also das Ganze, das Thema, was jetzt auch uns im Zusammenhang der Euro-Krise ununterbrochen berührt, nämlich wir brauchen unbedingt Wachstumsimpulse, so heißt es, abgesehen davon, dass klar ist, dass man über Sparpolitik keine Wachstumsimpulse setzt, aber diejenigen, die sich abgrenzen von dem, was gegenwärtig und als neoliberale Austeritätspolitik in Europa gemacht wird, die sagen genau, ja, wir brauchen Wachstumsimpulse und nur dann haben diese Länder eine Chance und da kann man nur sagen, ja, es ist richtig. Öffentliche Schulden kann man viel leichter abbauen, wenn die Wirtschaft wächst, gar keine Frage. Nur, das gilt unter einer Bedingung, nämlich, dass die Schuldenstreichung tabu ist. Das heißt, die Geldentwertung, die Entwertung von Guthaben, die kann man in vielfältiger Form gestalten. Es ist hier viel von Umverteilung über Steuern geredet worden, das ist eine Strategie, aber es gab zum Beispiel in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg auch das wunderbare Modell des Lastenausgleichs. Da wurde einmalig eine sehr hohe Summe von eben den, die sehr viel haben, eingezogen und das war nichts, woran das deutsche Wirtschaftswunder gekrankt hätte. Das heißt, es gibt durchaus verschiedene Formen, über die wir reden müssen, die selbstverständlich nicht mit der Politik der EZB kompatibel sind, aber dennoch ist die Frage, man kann die Schulden nicht beseitigen, wenn man nicht die Vermögen beseitigt und wie beseitigt man Vermögen? Man muss sie schrumpfen und dafür gibt es außer der Steuerpolitik auch noch ein paar andere Instrumente, über die wir diskutieren müssen. Die These, dass wir Wachstum brauchen, um gutes Leben zu haben, ich glaube, das muss ich jetzt nicht mehr ausführen. Ich würde gerne noch einmal auf das Thema technischer Fortschritt kommen. Die eine, es ist insbesondere durch Nico Pech angesprochen und dann auch in der Arbeitsgruppe diskutiert, dass die Entkopplung von Wirtschaftswachstum auf der einen Seite, also pro Einheit BIP, weniger Ressourcen, weniger Emissionen, dass das nicht geht, also es hat diese relative Entkopplung gegeben, aber es hat keine Entkopplung gegeben im Hinblick auf die absolute Menge der Ressourcen, die absolute Menge der Emissionen, aber dennoch glaube ich, dass wir uns mit dem, was da an Argumentationsbündeln benutzt wird, um diese Idee der Steigerung von Ressourceneffizienz, dieser Begriff ist ein völliger Unsinn, aber er ist letztlich jetzt inzwischen irgendwie State of the Art geworden, dass wir auf quasi einen sparsameren Umgang mit allen Ressourcen und Stoffen einen Ausweg aus dem Dilemma finden würden. Ich glaube, man muss das, was da als Argumentationsblock in dem Diskurs eine Rolle spielt, man muss es ernst nehmen, es taucht nämlich immer in Kombination mit etwas anderem auf und das ist ein Argumentationssyndrom und wenn man Politik machen will, muss man genau diese Syndrome oder diese Ausdrucksformen von Ideologie, wenn man so will, in irgendeiner Weise ernst nehmen, weil sonst kommt, sonst wird man immer, man redet gegenüber diesem und wird mit dem anderen Schneeball erschlagen. Technischer Wandel ist ganz sicher eine, ein Element, es ist nicht so, dass wir darauf nicht, gar nichts setzen können. Natürlich wird es weiter technische Fortschritte geben und wir werden über Verfahren verfügen, wie man das, was wir haben, auch effizienter nutzen kann. Das wird in der Regel mit etwas anderem kombiniert, mit einer anderen Wirtschaftspolitik, mit einer kinsianischen Nachfragepolitik, die in der Tat die Lohneinkommen, die eine Umverteilung zugunsten der Lohneinkommen betreibt. Damit kann man was machen, das war auch im Hinweis heute auf Brasilien der Hinweis, man kann Umverteilungspolitik gestalten über Makroökonomie, gar keine Frage und diese beiden Elemente, also eine andere Makroökonomie, hoffen auf technischer Fortschritt, wird ganz häufig in der Debatte dann noch mit zwei anderen Elementen kombiniert, das eine hat uns Nico Pech immer wieder vorgeführt, Konsumgewohnheiten ändern als dritte wichtige Säule und dann kommt immer was viertes hinzu, weil man ja weiß, das ist vielleicht für uns irgendwie noch machbar, aber wie sieht es also mit den Ländern des Süden aus und dann kommt immer die wunderbare Idee Technologietransfer, damit unser Know-how, das wir dann weiterentwickeln, auch noch anderen zugutekommen, ja aber schon bei Technologietransfer haben wir große Probleme, weil es würde nämlich bedeuten, wir haben gleichsam alles an internationalen Verträgen infrage zu stellen, die sogenannte intellektuelle Eigentumsrechte schützen und damit haben wir eine Grundfeste unseres Weltwirtschaftssystems infrage gestellt. Heute macht man nämlich nicht wirklich Geld mit Produktion, sondern man macht Geld durch den Besitz oder genau um die Einkreisung von sogenannten intellektuellen Eigentumsrechten und sei es irgendwie auf die Pausenleiste im Computer, in unseren Softwareprogrammen. Alles das sind Teilchen von intellektuellem Eigentum und Technologietransfer in die Länder des Südens würde bedeuten, dass eine der wesentlichen Grundlagen des Kapitalismus, wie wir ihn gegenwärtig haben, nämlich, dass man Geld mit Know-how, mit sogenannten nicht berührbaren Eigentumselementen macht und die, die da unten das Ganze dann herstellen in Form von Apparaten, die müssen eigentlich miteinander ein Wettbewerb stehen, weil da oben, da findet eigentlich kein Wettbewerb mehr statt, sondern nur noch ein Anschaffen von Eigentumstiteln und genau das ist eine ganz zentrale Frage und dann komme ich dann später nochmal darauf zurück. An der Stelle sehe ich auch ein Dissens hier, zumindest zwischen Nico Pech und einigen anderen Vortragenden, weil die Idee, ich könnte Deglobalisierung vom Button-up betreiben, indem ich lokale Netze, regionalen Austauschbeziehungen stärke, ja, damit mache ich mich aber nicht unabhängig davon, um mich in der Tat zu Deglobalisierung, müssen diese ganzen internationalen Regelwerke infrage gestellt werden und ich werde nachher nochmal auf ein paar solche Infragestellungen ankommen, aber das lässt sich tatsächlich nicht bottom-up machen, sondern da brauchen wir anderes. Also, um das mal hier ein Zwischenresorium zu machen, die Verminderung von Ressourcen und Energieintensität ist über all diese Elemente, die wir dann auch ganz häufig mit einem anderen, ja, arbeitnehmerfreundlicheren, auch gegenüber den Ländern des Südens, etwas weniger egoistischen, vor allen Dingen auf unsere Lebensstiländerungen setzenden Modell möglich, aber, und das ist mein Argument und ich glaube, das spielte in vielen Beiträgen eine Rolle, es kann nicht im notwendigen Umfang geschehen und, da würde ich jetzt nochmal anknüpfen, an den ersten und den letzten Vortrag, nicht auf Basis des Markt- und Profitmotivs und da gibt es in der Tat eine große Differenz. Bevor ich jetzt auf die Differenzen, die ich insbesondere zwischen, ja, dem Ansatz von Elmer und dem von Nico Pech identifiziert habe, nochmal darauf komme, will ich doch nochmal eine kleine Bemerkung zu dem grünen Kapitalismus machen, wenn man mal den Begriff des New Deal da weglässt. Es ist gar keine Frage, es geht für ein Übergangsprojekt darum, Nachfrage zu stimulieren durch öffentliche Aufgaben, die Investitionen umzulenken im Bereich Energie, Infrastrukturentwicklung, Umweltschutz und es ist schon so, wie versprochen wird, dass wenn das geschehen würde, was leider überhaupt nicht der Fall ist, weil die Schuldenkrise hindert die Staaten daran, diese Art von Investitionen zu täten, dass in der Tat neue zusätzliche Beschäftigung in den Umweltindustrien entstehen könnte. Es ist in der Tat so, dass Infrastrukturen entstehen könnten, die im Vergleich zu vorherigen eine geringere CO2-Intensität haben. Es ist auch ganz sicher so, dass unsere Energiesicherheit, wie es so schön heißt, durch weniger Energieimporte steigen würde. In der Regel wird nur was Viertes damit verknüpft und da hätte ich meinen großen Bauchschmerzen oder habe ich meine großen Bauchschmerzen, weil in der Regel gesagt wird, und wenn wir diesen Pfad des grünen Kapitalismus folgen würden, also wo der Staat quasi die Investitionen zur Verfügung steht oder jedenfalls dafür sorgt, dass Investitionen umgelenkt werden in die richtigen Bereiche, weg von der Automobilindustrie, der Zementindustrie und so weiter, dann würden daraus auch Wettbewerbsvorteile für unsere Unternehmen im Technologiewettbewerb entstehen und ich glaube, es gibt heute gute Gründe zu zweifeln, dass diese Vision, diese Vision, wir bleiben, irgendwie Technologieführer, dass die sich in die zweite Hälfte des 21. Jahrhunderts fortschreiben wird. Da würde ich jede Wette eingehen, dass das nicht mehr die europäischen Unternehmen sind, die an dieser Stelle Technologieführerschaft haben. Vor allen Dingen ist die Gedanke der Technologieführerschaft in der Tat damit verbunden, für uns die sauberen Technologien, der Rest der Produktion, die Produktion woanders und eventuell fällt dann für Afrikaner noch irgendeine kleine Scheibe ab, mit der man Holzfeuerung durch Sonnenenergie ablösen kann. Dennoch, dieses Versprechen eines grünen Kapitalismus, das geistert durch die Köpfe, es ist deswegen so attraktiv und ich glaube, man sollte es deswegen auch aufgreifen, weil es geht mit einem Win-Win-Versprechen einher, so Neudeutsch oder Neuenglisch. Also alle können gewinnen. Der Staat, also die Unternehmen sehen neue Investitions, also neue Profitmöglichkeiten, die Arbeitnehmer Arbeitsplätze, also neuen Konsum und Konsum und Profit sind die siamesischen Zwillinge, die man überhaupt nicht voneinander trennen kann, deswegen habe ich meine Probleme mit den Ausführungen von Nico Pech, der denkt, auf der einen Seite könnte man ansetzen, wenn man nicht auf der anderen Seite gleichzeitig ansetzt. Jetzt habe ich den Faden verloren. Wie habe ich meinen Satz begonnen? Win-Win, genau, Win-Win, also Unternehmen gewinnen, Arbeitnehmer gewinnen, der Staat gewinnt natürlich auch, weil er mehr Steuereinnahmen hat, und die Umwelt gewinnt ja sowieso. Und das ist ein unglaublich verlockendes Angebot, wenn, und da komme ich nochmal auf viele, viele Beiträge zurück, man will ja irgendwas Positives sehen in der Zukunft, man will hören, alles wird gut und man kann gewinnen und das Versprechen, jeder wird gewinnen, ist einfach umwerfen und deswegen finde ich sehr, sehr wichtig, dass man klar macht, ja, das ist wichtig, dass in diese Bereiche Investitionen umgerenkt werden und der Staat muss an dieser Stelle sicher als erster vorangehen, weil auf der Ebene von privaten Investitionen wird das nicht stattfinden, aber man sollte es nicht mit dieser irrwitzigen Win-Win, mit diesem irrwitzigen Win-Win versprechen, wir sehen, muss man sagen, es ist notwendig, aber es hilft uns bestenfalls ein wenig Zeit zu gewinnen, es löst unsere Probleme nicht, warum nicht? Weil es eine ganze Menge von Dingen gibt, die dabei ausgeblendet werden, das eine ist, dass man durch keinerlei technischen Fortschritt eine Entmaterialisierung der Stoffströme zustande kriegen kann, die ausreichen würde, also wenn ich die Brücke mit 40% des Stahls und 40% des Zemens baue, da würde niemand von euch darüber fahren wollen, das gleiche gilt auch für den Stuhl, wenn ich sein Holz und Stahlgehalt irgendwie auf 10% reduziere, wird sich keiner darauf setzen, das heißt, es gibt einfach Grenzen in der Entmaterialisierung von Stoffströmen und das trifft natürlich auch für den Energieeinsatz zu, die schlicht nicht überschritten werden können, das ist das eine Punkt. Der zweite Punkt, das ist euch alles sehr vertraut, denke ich, der berühmte Rebound-Effekt, das heißt also, etwas ist sparsamer mit etwas, dann kann ich irgendwie mit derselben Menge Geldes noch etwas anderes tun und folglich ist der wunderbare Effekt weg. Es sind aber auch vor allen Dingen die Gefahren und völlig unbekannten Gefahren von neuen Technologien, die wir unterschätzen. Also wir haben es gesehen bei der Nukleartechnologie, aber das trifft natürlich genauso für die Nanotechnologie, für die Biotechnologie und viele, viele Verfahren, von denen man sich Großartiges verspricht, wo aber leider nicht alle folgen, in dem Augenblick, in dem man beginnt, mit diesen Technologien zu arbeiten, bekannt sind und wir haben in der Europäischen Union das über aller Umweltpolitik stehende Prinzip, das im Zweifel etwas zu unterlassen sei, das Precautionary Principle, das Vorsichtsprinzip und das wird in der Tat sehr, sehr häufig, wenn man sich in Not befindet und meint, mit einer neuen Technik eine Lösung herbeiführen zu wollen, verletzt und das muss man deswegen als Argument ernst nehmen. Ein viel dramatischeres Argument ist aber letztlich das Problem der Nutzungskonkurrenz. Also ich kann dieselbe Fläche nur einmal entweder für den ökologischen Landbau oder aber den industriellen Landbau oder die Sonnenenergie oder die Windenergie oder aber für die Produktion von Agrartreibstoff verwenden. Das heißt also das Problem der Flächenkonkurrenz und das läuft alles auf eine dramatische Zuspitzung der Nahrungsmittelsituation auf unserem Globus hinauf. Das kriege ich durch einen grünen Kapitalismus nicht gelöst, sondern es wird in dramatischer Weise zugespitzt. Es gibt noch viele andere Argumente, auf die ich jetzt nicht alle eingehen kann. Es sind die damit verbundenen Umweltfolgen und Kosten, gerade was die Extraktion von diesen wunderbaren Rohstoffen, die wir für Windenergie, für Windräder, für Sonnenkollektoren, für Elektromotoren brauchen, die nachweislich allesamt in sehr problematischer Kombination mit anderen Stoffen nur vorkommen auf der Welt, nur mit hohem Einsatz von Gift extrahiert werden können und in der Regel externalisieren wir diese Umweltfolgen, weil die Rohstoffe werden wir eben nicht hier abbauen, obwohl es natürlich auch hier in Österreich seltene Erden gibt, aber wir werden einen Teufel tun, hier die Berge zu sprengen, um an die seltenen Erden ranzukommen, das werden wir auch nicht in Deutschland tun, weil da leben wir ja und also suchen wir nicht dort nach seltenen Erden, sondern wir lassen die Chinesen in der Mongolei suchen und wenn sie dann die seltenen Erden für sich benutzen wollen, weil sie inzwischen auch über das Know-how verfügen, Sonnenkollektoren herzustellen, dann sind wir stinksauer und drohen in der WTO mit Handelskriegen, was derzeit der Fall ist. Das heißt, es ist nicht so, dass die Stoffe, die man benötigt für die Energiewende nun weniger konfliktreich wären als die Stoffe, die wir, die fossilen Energieträger, die uns bislang ziemlich viel Krieg und Konflikt eingebracht haben. Deswegen geht damit einher nach wie vor eine Frage der globalen Gerechtigkeit, die nicht gelöst ist in dem Augenblick, indem ich einfach auf Energiewende setze. Und was ganz sicher nicht gelöst wird, auch nicht durch einen grünen Kapitalismus ist die, ich betone es noch mehr, unheilige Allianz von Profitmaximierung und Konsumsteigerung, weil beides ist in einer kapitalistischen Gesellschaft unentwirrbar miteinander verbunden. Das eine ist nicht ohne das andere machbar und die Idee, man könnte ein ordentlicher Kapitalist sein und gleichzeitig aber dafür sorgen, dass sauber und nachhaltig konsumiert wird, das geht irgendwie nicht zusammen. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass wir uns alle in dem dritten Schritt, den wir gegangen sind, Weichen stellen. Wir wollen alle auf die eine oder andere Weise Weichen stellen für eine Ökonomie, die Wachstum nicht mehr benötigt. Und es gibt, glaube ich, einige Dinge, die konsensuell sind. Das eine habe ich schon erwähnt, nämlich, dass man davon ausgehen kann, dass für die Industrieländer längerfristig selbst Wachstumsraten von ein bis zwei Prozent sich nicht aufrechterhalten lassen, weil das so groß ist. Es ist, glaube ich, auch längst klar, auch vor allen Dingen für diejenigen, die diese Industrien repräsentieren, dass Schrumpfung bei der Automobilindustrie, bei den großen Energiekonzernen, aber auch in großen Teilen der Chemieindustrie und innerhalb des agro-industriellen Komplexes, dass die unabweisbar sind. Und zwar, die große Frage ist nur, findet diese Schrumpfung als Krise statt, so wie derzeit in Südeuropa, oder findet diese Schrumpfung als ein geplantes, reflektiertes Projekt statt, wo den Menschen, die davon betroffen sind, jetzt sprechen wir nicht von den Unternehmen, sondern von den Arbeitnehmern und ihren Familien, die da dranhängen, auch für die Dauer ihres Lebens eine Alternative gewiesen wird. Und ich meine, es hat vor langer Zeit Debatten gegeben über die Konversion der Automobilindustrie. Es hat sie gegeben bei Ausbruch der Krise. Heutzutage kann man mit Betriebsräten der deutschen Automobilindustrie reden und worüber die sprechen ist. Überstunden, Überstunden, Überstunden. Die Ingenieure kommen nicht dazu, über alternative Mobilitätssysteme sich an ihre Schreibtische zu setzen, sondern alle müssen Überstunden schieben, Obwohl klar ist, dass damit nur eines bewirkt wird, Wachsen oder Weichen. Es geht nur darum, welcher von den noch existierenden, ich weiß nicht, sechs, sieben großen Automobilkonzernen zu den Überlebenden drei oder vier gehören wird. Also Wachstum oder Weichen. Dasselbe Prinzip, das jeden Milchbauern trifft. Entweder noch mehr Milch produzieren, weil der Preis für die Milch sinkt, wo jedem klar ist, dass das also Kamikaze-Strategie ist. Jeder weiß, dass es unvernünftig ist, jeder klagt darüber und jeder tut es, weil es in diesem Prinzip entweder wachsen oder weichen und in diesem Sinne weiß die Automobilindustrie, dass sie keine Zukunft hat, aber sie tut alles zu den letzten, jedes einzelne Unternehmen tut alles zu den Letzten zu gehören, die weichen müssen. Das ist ein irrationales Prinzip und deswegen ist die Frage, wie kann man diese Übergänge so gestalten, dass sie für die konkrete von betroffenen Menschen nicht als dramatisch erfahren werden müssen. Und es geht natürlich, darüber gab es auch einen großen Konsens hier, denke ich, es geht um die Stärkung regionaler Wirtschaftskreisläufe und man kann sich ja auch mit Nico Peich sagen, ja, sie müssen Vorrang vor globalem Austausch von Produkten haben, wobei ich sagen würde, im Gegensatz zu ihm, ich kann mir es radikaler vorstellen, Vorrang vor globalem Austausch würde ich bestenfalls als ein normatives Prinzip für alles gelten lassen, was mit Know-how, was mit Wissen, was mit Kultur zu tun hat, so viel Austausch wie möglich, aber im Hinblick vor allen Dingen auf die, im Hinblick auf die, oh Gott, ich muss jetzt schneller werden, oder was wegmachen? Im Hinblick auf die Lebensgüter gibt es überhaupt kein Argument, warum da ein Austausch stattfinden sollte. Dann komme ich, weil ich jetzt sprunghaft sein muss, auf die Prämisse, wo ich denke, da gibt es am meisten Dissens und diesen Dissens, den müssen wir ausdiskutieren, das hat keinen Sinn so zu tun, als wären wir alle, wenn wir uns darauf einigen, dass wir eine Stärkung regionaler Wirtschaftskreisläufe wollen, als hätten wir die entscheidende Frage nach der Zukunft dieses Systems damit auch gleichzeitig konsensuell unter uns diskutiert, nämlich die Frage, wir einigen uns immer ganz schnell darauf, Umverteilung ist nötig, aber wie soll bitte schon Umverteilung ohne Eingriffe in die Eigentumsordnung funktionieren? Und deswegen haben wir uns schon irgendwie dieser Frage zu stellen, die hat Nico Pech in diesen Gegensatz von institutionellem Wandel und substanziellem Wandel gebracht. Elmer Altvater hatte ganz am Anfang gesagt, das lässt sich im Kapitalismus nicht trennen, das ist die sogenannte Doppelcharakter. Ich habe auf der einen Seite die wertmäßige Seite der kapitalistischen Produktion und die hat dann bestimmte Institutionen und die wesentlichen Institutionen ist natürlich das Eigentum und die Form des Geldes als Kredit und als Schuld und ich kann das nicht trennen von der substanziellen Ebene, also der stofflichen Seite von Produktion, Distribution und Konsum und die Idee, man könnte über Selbstversorgung und urbane Subsistenz über Verzicht auf bestimmte Konsumgüter, insbesondere industrielle Güter, man könnte auf diese Wahl einen Rückbau der Industrie, eine Deglobalisierung oder gar eine Zivilisierung der Finanzmärkte zustande kriegen, ist natürlich ein wenig seltsam. Also, wir haben uns in der Tat ausführlicher mit der Frage und auch kontrovers mit der Frage in Zukunft auseinanderzusetzen, wenn Schrumpfen im Kapitalismus vor allen Dingen als Krise erfahren wird. Was heißt es dann, wie, was bedeutet es dann also für die Gestaltung dessen, was wir da an Wandel, an radikalem Wandel wollen, was bedeutet es im Hinblick auf die Eigentumsverhältnisse, was bedeutet das im Hinblick auf die Machtverhältnisse. Die Machtfrage stellen, so hat Christine das formuliert, ist in der Tat keine, um die man sich drücken kann, weil ansonsten hat man in der Tat das, was jemand so schön ausgedrückt hat, Nikos kleine Welt, in der es ja ganz nett zugeht, aber die kriegt man nur durch Ausblendung. Und das Argument, ich habe kein Vertrauen in das politische System und deswegen kümmere ich mich nicht um institutionellen Wandel oder ich vertraue ganz stark in die Kreativität des kapitalistischen Wirtschaftssystems, das würde mich zumindest nicht beruhigen. Deswegen denke ich schon im Hinblick, das hat vor allen Dingen Christine mit dem Hinweis auf Spanien, wo quasi Schrumpfen als Krise erfahren wird, deutlich gemacht, das ist ja was ganz Leichtes, Konsumverzicht, sagen wir mal, auf das zweite Auto in einer Mittelschichtfamilie oder vielleicht gibt es ja sogar drei Autos, da kann man ja auf zwei verzichten, wirklich kein Problem. Aber man kann eben nicht auf Gesundheitsversorgung, Bildungsversorgung oder aber auf einen Dach über dem Kopf verzichten. Das heißt, es gibt ganz bestimmte Güter, die können eben nicht oder nur in einem sehr begrenzten Umfang durch Selbsthilfe, durch direkte Kooperation mit anderen erstellt werden. Für die großen Infrastrukturen brauchen wir andere Formen und das sind die Genossenschaften, über die wurde diskutiert, sehr ausführlich. Es sind Formen des Gemeineigentums, Elmer Altwarter hat noch auf Formen des indigenen Eigentums Aufmerzungen gemacht, aber wir haben, sorry, wir haben auch über Verstaatlichung zu reden. Nicht nur Verstaatlichung von Banken, sondern vielleicht auch von Industrien, die uns wichtig sind und das muss bitteschön nicht so abgeben, wie das früher gewesen ist. Es muss nicht große staatliche Bürokratie bedeuten. Man kann es sehr wohl kombinieren mit anderen Formen von Beteiligung von Bürgern. Ich kann mir vorstellen, dass große Infrastrukturunternehmen, ob das Wasser, Elektrizität oder was auch immer ist, durch Bürgerräte, in denen sowohl Experten, in denen die Arbeitnehmer und ihre Gewerkschaften, in denen die Kunden oder Bürger oder wie auch immer ich jetzt die Klientel, die da eine Leistung bekommt, definiert und in denen auch zivilgesellschaftliche Organisationen sitzen, die vielleicht noch Belange ins Spiel bringen, die jetzt nicht unbedingt zum Unternehmenszweck gehören. Aber wenn wir nicht über Verstaatlichung auch reden, dann können wir in der Tat nicht über eine Wende reden. Vieles spricht dafür, dass wir uns gegenwärtig an einem Epochenbruch befinden, einen Epochenbruch vielleicht so dramatisch wie der Übergang vom Mittelalter in die Neuzeit mit dem Ende der Feudalklasse, mit den Bauernkriegen und Ähnlichem, weil auch eine große Agrarkrise wie die damalige, die könnt uns auch bevorstehen, auch Klimaveränderungen wie die damaligen. In so einer Epochenkrise geht es darum, eine, so hat es Eric ein amerikanischer Ökonom ausgedrückt, eine Art von Entdeckungsreise zu machen, für die es schlicht keine Karten gibt. Und weder Politiker noch Vertreter sozialer Bewegung, vor allen Dingen nicht diese wunderbaren Experten, ob das Ökonomen sind oder Naturwissenschaftler oder Sozialwissenschaftler, niemand verfügt über privilegiertes Wissen, was genau zu tun ist, wenn man in den nächsten Sturm kommt. Deswegen ist die Möglichkeit, dass diese ganze Reise in einer Katastrophe endet, die ist gegeben und man sollte auch nicht so tun, als wenn es die nicht gäbe. Aber es gibt sehr wohl die Möglichkeit und die Katastrophe würde ich zum Beispiel insbesondere in dem sehen, was ja auch diskutiert worden ist, nämlich, dass es autoritäre Lösungen gibt. In der ökologischen Krise sind autoritäre Lösungen diejenigen, die viel leichter funktionieren. Aber wir wollen diese nicht und deswegen ist die Frage, wie können autoritäre, autokratische, technokratische Lösungen vermieden werden und demokratische Entscheidungsstrukturen etabliert werden. Ich denke, für kleinteilige Experimente gibt es wichtige Funktionen. Sie haben vor allen Dingen die Funktion, den Menschen deutlich zu machen, dass etwas selber tun sehr wohl die Bereitschaft, Veränderungen im Großen hinzunehmen stärkt. Ich würde jetzt noch gerne, wenn man mir das zugebilligt, sechs normative Prinzipien, ganz kurz. Ich glaube, darüber kann man diskutieren. Es geht darum, der Markt muss politisch gewollte Ziele bekommen. Also ich meine, wir müssen klar machen, wo wir Marktprinzipien akzeptieren wollen und wo nicht. Darüber braucht es eine gesellschaftsweite Diskussion. Das erstellt sich nicht von alleine. Wir müssen klar machen, wo wir den Markt wirken lassen wollen und wo er schlicht nicht zu suchen hat. Wir müssten das Gemeinwohl zum Leitfahren gesellschaftlicher Prozesse machen. Was heißt, Effizienzorientierung hat für mich in der Politik nicht zu suchen. Effizienzorientierung ist ein einzelwirtschaftliches Prinzip. Das sollte man da, wo es hingehört, auch anwenden. Aber für politische Entscheidungen ist nicht die Frage der Effizienz, sondern ob das dem Gemeinwohl nützt, die Übergeordnete. Man sollte Gemeinhüte und dazu gehört natürlich Wasser, Luft, Boden, mehr schlichtweg mit Verboten und nicht mit irgendwelchen marktförmigen Regularien belegen und die strikte Verfolgung für Übernutzung sichern und auch entsprechend sanktionieren. Im Hinblick auf die Finanzwirtschaft ist ganz viel gesagt worden. Und da muss ich jetzt nicht wiederholen, was insbesondere in der Arbeitsgruppe von Elmer gesagt worden ist. Da geht es darum, der Finanzwirtschaft wieder eine dienende Rolle für die Realwirtschaft zuzuweisen. Das heißt, nicht nur die großen Banken zu schmelzen, sondern vor allen Dingen die entscheidenden Preise der Weltwirtschaft wieder in die Kontrolle der Politik zu bringen. Und das ist der Preis über das Geld, das Preis über die Währungen, also über die Zinsen und über die Wechselkurse. Aber ein drittes bitte nicht vergessen. Weil wir uns in eben dieser ökologischen Krise befinden, geht es letztlich auch darum, eine Art von Rationierung, ein Management, egal was euch als Begriff lieber ist, im Hinblick auf die entscheidenden knappen Ressourcen zustande zu bringen. Das heißt, der Preis des Rohöls kann genauso wenig wie der Preis von Lebensmitteln, Angebot und Nachfolge überlassen werden. Es hat Zeiten gegeben, da hat es Angebotssteuerung gegeben und ich glaube, genau das ist es, was wir in diesen Zeiten wieder brauchen. Das heißt, das sechster Punkt, Politik der Dekarbonisierung, bitte schön, in allen politischen Ressourcen und bei allen Gesetzesvorhaben, eben nicht nur da, wo man irgendwie zugesteht, dass grüne Projekte vielleicht ihren Ort haben, in der Energiewirtschaft und in der Verkehrswirtschaft, sondern überall. Und als letztes Prinzip, die partizipatorischen Elemente nicht vergessen. Weil ich glaube, nichts von dem kann als ein Elitenprojekt funktionieren und es braucht partizipatorische Elemente und das heißt nicht unbedingt Volksentscheide über alles und jedes, sondern zum Beispiel so etwas wie der Exner von der Uni Klagenfurt hat das in den Begriff der Losdemokratie gebracht. Für wichtige Entscheidungen, ob das nun der Atomausstieg ist oder viele andere Projekte, braucht es so etwas wie, ja, Bürger werden wie bei Schöpfunggerichten gewählt, sich mit einem Projekt irgendwie sich fähig zu machen, darüber zu entscheiden. Weil im Zweifelsfall ist ihre Entscheidung genauso gut oder so schlecht wie die von Experten, weil Experten, sie müssen ja die unterschiedlichen Studien von Experten lesen, um Entscheidungen zu treffen und im Zweifelsfall gibt es eine Expertenmeinung, die dieses sagt und eine Expertenmeinung, die jenes sagt. Am Ende muss entschieden werden und ich glaube, das können Bürger genauso gut wie andere Lobbygruppen. Ich muss das jetzt hier alles weglassen, aber eines ist, glaube ich, klar, all das, diese Schrumpfung, über die so schön geredet wird, sie kann nicht anders als zu einem Eingriff in Eigentumsverhältnisse führen und deswegen denke ich, es ist schon wichtig, dass sich zum Beispiel eine grüne Bildungsakademie wie diese auch zukünftig ein bisschen stärker mit dem befasst, was eigentlich die politische Ökonomie des kapitalistischen Systems ausmacht und dass man nicht einfach aussteigen kann, indem man auf der Ebene von Lebensstehen und Konsum was verändert, sondern dass man in der Tat eine Alphabetisierung im Sinne des Zusammenhangs von Politik und Ökonomie zu betreiben hat. Das wird kein Osterspaziergang, ich glaube nicht, wenn man das ernst nimmt. Ich würde trotzdem gerne schließen mit einem Zitat meiner Lieblingsautorin, nämlich Ingeborg Bachmann, die sagt, die Wahrheit ist den Menschen zumutbar und ich denke, wir können und müssen mit dieser Wahrheit nehmen und ich würde ein zweites Zitat ans Ende schicken, damit das nicht ganz so dramatisch klingt. Erika Mayers hatte das in ihrem Beitrag allerdings nur mit der ersten Hälfte bereits angesprochen, sie hat nämlich davon gesprochen, dass es nötig sei, den Pessimismus unserer Analysen zu schärfen. Das würde ja noch in etwa dem Tenor von Ingeborg Bachmann entsprechen. Das Zitat, das dem zugrunde liegt, ist eins von Antonio Gramsci und das lautet korrekt, wir müssen in unserer Analyse so pessimistisch wie möglich sein und wir müssen gleichzeitig den Optimismus der Tat, das heißt also, obwohl wir oder gerade weil wir so kritisch und pessimistisch sind im Hinblick auf Analyse, müssen wir dem, was wir tun, das mit einem Optimismus tun, als wenn gleichsam uns die ganze Welt offen stünde. Danke. Applaus 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 Applaus